Hi! Guten Abend! So, wir spielen heute... Da ist was kaputt. Nein, das spielen wir nicht, aber mein Overlay ist irgendwie kaputt. Wir spielen Dranjo-Live-2-Reals, dank 505-Games, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Danke nochmal dafür und ich guck erstmal, was mein Overlay macht. Overlay sieht schwarz für diesen Stream, ja. Hi Mikrofilm, wie geht's dir? Es geht ab! Okay. Ha! Da ist es! Bäm! Walhalla sieht aber merkwürdig aus heute, aber wir spielen auch gar kein Walhalla. Hallo Randaba! Sag bloß, du hast deinen Kopfhörer dabei. So, ich muss hier noch... Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung... Ja. Okay. Ich bin auf hungrig ganz gut und selbst... Hey, ich bin auch hungrig! Ich hatte heute früh um sechs was zu essen und das war's. Oh, ich guck mal die Settings an! Im Übrigen nur 35% Akku am Handy, ich bleib also eventuell nicht bis zum Schluss. Was ist das eigentlich von der Lautstärke vom Spiel? Oder lauter, leiser? Was haben wir? Französisch, cool! Italienisch! Oh, Deutsch, cool! Ich hatte gegen acht Frühstücken und zum Mittag gab es zwei Twix und ein paar Chips. Hey Mikrofilm, du hattest schon mehr als ich! Ja, ich bin schlau und hab sie nach drei Tagen über mich selbst ärgern endlich mitgenommen. Wuhu! Du, die haben Röhrchen! Seht ihr das? Ihr seht das? Ja, ihr seht das! Die haben Röhrchen! Katze! Entschuldigung. Ihr hattet schon was zu essen? Zwei Drittel einer Brezel, heute um 6 Uhr morgen. Richtig viel Essen hatte ich heute. Hey Schöpfer, ich wollte nie Bürgermeisterin sein. Aber? Mein Vater war der perfekte Anführer. Ihm kann ich nicht das Wasser reichen. Doch die Dunkelheit kam. Ich rief um Hilfe und du gabst uns einen Helden. Die Dunkelheit stahl meinen Vater, doch unser Dorf war stark. Dann verplicht die Farbe und wir flohen, bereisten die Welt, erneuerten die Inseln. Dieses Mal besiegte die Dunkelheit unsere noblen Absichten und wir erwarteten... Doch das Ende stellte sich schließlich als Neuanfang heraus. Ich weiß, was ich tun muss, doch es könnte zu spät sein. Für Mike und unsere Welt. Nein, Mike! Wer ist Mike? Das sieht hier knüpfig aus. Jaaa! Zu Probearbeit komm ich gleich. Ich habe gefunden, wonach du gesucht hast. Glaubst du, wir haben noch Zeit? Schwer zu sagen. Die Welt der Menschen ist anders. Nacht ist Tag, Tag ist Nacht. Hey, was? Und sie haben kleine Ohren. Hey! Lass meine Ohren! Woher weißt du das? Rapposers können doch gar nicht... Nun ja. Ah, ich verstehe. Hm. Dann werde ich wohl mit dem Schöpfer sprechen. Hast du was vergessen? Das Buch der Fantasie! Damit kommt man in die Köpfe von anderen... Was? Nicht in meinen Kopf. Bloß nicht in meinen Kopf. Um Probleme zu beseitigen und Herausforderungen zu überwinden. Ich hoffe nur, dass dieser Held in der Herausforderung gewachsen ist. Bestimmt! Das weiß ich! Oh, da ging die Stimme nach oben. Mike ist der reikanische Verwandte von Mikro... Oh Gott! Tu mir das nicht an! Hey, tut mir leid, dass ich mir vorhin Luft gemacht habe. Wo redest du? Ich hätte früher herkommen sollen. Wir brauchen einen Helden! Ich kann ihm nicht helfen. Zumindest nicht von mir. Die freut sich voll! Ja! Bäm! So! Doch, tu ich. Ich merke das schon. So! Mikrofilm hat gefragt, wie das Probearbeiten war. Ja, also die Leute da waren sehr nett zu mir. Ich war relativ spät zu Hause. Ich hätte gerne noch einmal geduscht. Ich glaube, ich rieche. Guck mal, hier gibt's Stifte. Radier für mich! Steppen! Kotze! Entschuldigung. Komm, wir malen selber. Kann ich den Radierkommi? Ich kann den Radierkommi größer haben. Wir malen selber. Ich kann das! Bestimmt! Jetzt noch fertig. Boah, ich kann reinzoomen, geil. Nein! Kann ich rückgängig machen? Mist. Ah, mit Rechtsklick kann ich nach oben. Aha! So, mit der Maus zeichnen. Yay! Scheint anstrengend gewesen zu sein. Nee, tatsächlich nicht. Nur, womit ich gearbeitet habe, hat... Ich glaube, bis auf zwei Sachen hat alles gestunken. Und die meinten zu mir noch, ich habe Glück gehabt. Einmal, dass es nicht Sommer ist, weil dann wird's noch unangenehmer. Und der andere meinte, es gibt manche Proben, da hat man das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Also, ja. So schlimm war es Gott sei Dank nicht. Es hat trotzdem gestunken. Nur in die Hits. Wie schön es doch jetzt wäre, mal eine Grafiktapette. Ich hab eins! Ich weiß nur nicht, ob das Spiel da drauf funktioniert. Und ich hatte nicht wirklich Lust und Zeit, das auszuprobieren. Achso, ich hab meine Radiologie ausgeläht. Oh, ich kann so ein Köpfe nehmen, lustig. Okay. Einen Koch. Wie fett ist der Strich? Okay, so fett ist der Strich. Ich glaube, ich mach das. Ich muss mal Farben durchprobieren. Okay. Was willst du? Okay. Aha, okay. Also kündigst du direkt wieder. Also Probearbeiten, ich hab noch nicht mal einen Vertrag. So, ich versuch mal Mini-Naira zu machen und ich verspreche nichts. Wir brauchen einen Kopff. Und der Kopff muss groß genug sein. und der Kopff muss groß genug sein. Ich hab jetzt noch eine Radiologie. So, also. Und hier so. Oh! Gut. Da muss man anfangen, schon verkackt. Mist. Also, Kopf. Wir brauchen ein Kind. Ja, die andere Seite hätte ich gern anders. Okay, dann anders. Würdest du einen Vertrag unterschreiben, wenn du einen bekämpfst? Aktuell, nein. Also, ich schlafe nochmal drüber, aber wahrscheinlich nicht, nein. Sie können nicht so schnell, sie hat das Unterschreiben vom Vertrag rückgängig gemacht. Ah, ja, genau. Ah, guck mal. Ich kann also eine Pixel wegmachen. Hoho! Hoho! Ah, Entschuldigung. Ja, ich hab die falsche genommen. Mist. Ich muss Farbe tauschen. Äh, Mist. So. Okay. Was war gerade hier? Bam, Pixelwork. So, was ist denn das für eine schöne Farbe? Aha, aha, aha. Warte mal, warte mal, das ist fortgeschritten. Hau raus, fortgeschritten. Ooooooh! Alter, oh. Jaaa, das ist doch ein schickes Rot. Den Rand hätte ich das gern was dunkler. Nein, den Stift bitte? Jaaa. Gut. Kriegen wir hin. Könnt sich nur um Stunden handeln. So, eine Mini Naira hat natürlich hier die... 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 die Haare da. Ja, da so Strähnchen. ja 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 was denn wenn du noch weißt wie die menina aussieht ach so das mein entwurf ist ja ich weiß wie mir die nara aussieht da kommt man so außerdem hat menina normalerweise keine zauber wirklich ja 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 so dann brauche ich mir katzenohren ja 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 ich zeige noch mal eine andere Farbe ein bisschen dunkler oh Mist ich mache nur so gerade ich bin doch mal ein bisschen kurviger ha na so kurvig dann auch wieder nicht ich glaube es wird auch gerade hinauslaufen so oder so ähnlich ein Ohr ob da die Ecke gern anders hätte so kann ich das kopieren ähm boah ich guck gleich mal was Aufkleber sind das ist doch die Idee oder mi beon ist da gefällt mir nicht kommt noch ein paar kürzen oder wo auch Wow! Und jetzt mal die Pipette! Bäm! Pipette! Geil! Ich muss da oben nämlich irgendwie mal die Haare abschließen... Oh, Mist. Äh, das ist kacke aus. Hey! Ja, so irgendwie... Äh... Ich brauch nochmal... So... Lol, man kann nicht Kappa schreiben. Warum kann man kein Kappa schreiben? Da ist doch Kappa! Äh, wo war ich? Oh, ich brauch noch! Ich brauch noch das Haarband! Mist! Und dann... das da! Ja! Weil da, wenn man Kappa schreibt, direkt ein Kappa macht! Achso, ja, klar! Kappa! Ja, ich brauch noch die Haare, das ist zu viel, das kommt, oder? Das ist hier. So, ein Stückchen. So! Und jetzt das ganze ausmalen! Ich brauch mich nicht, den Farbeimer zu nehmen. Es gibt kein so... drückgängig knapp! Drückgängig knapp! Drückgängig knapp! Glaub ich. Ah! Es geht! So! Und das nochmal? Garnstift! Da! Äh... Das da! Mist! Das da! Das da! Das da! Da! Ein Eimer! Wollt halt Katzenauern Kappa schreiben mit den... Katzenauern eben! Das ja! The red das da! Wenn du dich im Moment... Kappen auf den... Wie ist das da? Das ist das. So! Da! Das da! Das da! Hier das da! Ja, naja! Okay, noch ein Ton. Nämlich. Da. Das ist wunderschön. Kann man nicht aus Hautfarbe durchgehen lassen? Ha, krass. Boom. Nee, kann man nicht aus Hautfarbe durchgehen lassen. Das da? Ja, schlau. So. Oder so ähnlich. Hörst du das viel rosaner aus als bei mir? Bei mir ist das viel dunkler alles. Mir ist das deutlich dunkler. So. Komm, ist das was? Ich bin faul. Ich brauch Augen. Hier. Ha, ha. Mist. Nein. Hilfe. Puh. So viel Geduld hätte ich gar nicht für sowas. Hihihi. Hey, ich hab Hollow Knight durchgespielt. Ich hab Geduld. Morgen würde ich gerne noch was Minecraft spielen. Machst du mit, Naira? Morgen. Ja, na gut. Zeichne gerne die Naira. Ja, das auch. Kann ich das kleiner machen? Ich hab ein Riesenauge, alter. Ich seh euch. Ich seh euch. Oh. Geist. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Boom. Ah, hier kann ich Größe ändern, oder wie? Äh. So. Ich kann den Stempel die Größe nicht ändern. Wie sehr. Gut. Ich mal ja schon auch. Schlimm. Ich frag mir Azenon für Hollow Knight. Braucht man nur 15 Minuten Geduld. Ich frag ich ihn, wer das nächste Mal da ist. Ich brauch Augen. Und der Nase. Bis. Bis. Äh. Äh. Na? Ach, doch, doch. Ich brauch hier so einen Ton. Ta-da-da. Oh. Oh. Nein. 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 So, muss reichen. Und mit Nasen. Was? Eine Nase? Nein. Nasen gibt's nicht. Knollennase. Hm. War ich das? So, fertig. Nase. Wenn die Nilinayra fertig ist, designst du dein eigenes Valhalla. Wuuu. Komplett mit allen Gebieten und nochmal ein zusätzliches Gebiet so groß wie Odyssee. Alter. Klar. Ich hab nicht mal den Kopf fertig, Leute. Da fehlt noch Körper, Beine, Arme. Okay. ros Ό Personal speed oder. Es wird eine hotel zusammen gesetzt werden, wenn ihr dein Einträger kommen wird. Das ist, wenn du konало tun kannst. heute noch hinbekommt holy ihr erwartet aber viele von mir also genug zeit zu üben für dein erstes eigenes game so wie macht man denn jetzt den körper normalerweise aha es wenn du dich jetzt genauso lässt könntest du als minecraft figur durchgehen dann wenn ich mich jetzt genau so lasse hat mein charakter nur einen kopf ich brauche eine linealfunktion die körper macht man wie ein körper hat man das denn Ich glaube, ist das jetzt eh falsch. Wenn die Neira ja eigentlich ein Kleid anhat. Aber ich glaube, ich kann das nicht weiß lassen, das sieht man sonst so schlecht. Ich krieg so ein hellblaues Kleid. Sehr, sehr, sehr hellblaues. Ja, aber ich ist nicht ganz so hell wie bei mir. Ich bin mit Brust, Bauch und Hüfte von oben nach unten in dieser Reihenfolge. Mach's doch selber! Ach, wie ich das will! Bist! so irgendwie gleich ist alles zu klein gleich sieht das richtig merkwürdig aus aha gleich sieht das richtig merkwürdig aus ich dann halt hin hey als die pipetten funktion ist wirklich praktisch dass dort einmal offen wird bist ich bin gerade nicht zu hause ansonsten würde ich dir natürlich direkt dein lebensechten charler hinmalen ja das will ich sehen sobald du zu hause bist jetzt ich bin zu hause habe ich mache sowas nicht was für eine kiste hinter dem oberkörper arm und so geht ja schultern wie wie auch immer ja ich hab mal das gefühl ich muss das bis zum ende ziehen das heißt das ganze ding hier ist klein so arm als ob ich arme könnte ja hand hier hand ich habe eine super hand meckern so sieht das aus ja hab keine schulter ja so achtung nachdem ich das jetzt hier verlängern ne also ich will das dann zieh das einmal da rüber und so dann das da füllen wir das mal raus wird ein bisschen abgehakt ah das passt das passt so und das da und muss hier in die richtung das sieht nicht gesund aus doch das ist völlig anatomisch richtig das muss so katzenpfoten mini naira hat keinen katzenpfoten die hat normale hände schaden nein nein ha ja ja naja ich hab sie auch schön schön hinbekommen ja ich hab sie schon schön hinbekommen nein 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 eine paus das ist völlig anatomisch korrekt sammeln wir nicht von hinter deiner cam ach was weißt doch an die cam ist immer im weg genau ja 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 ich hab keine füße ja 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 die die sind du in Weiß. Ja, auch damit. Das da ausgewählt. Nein, das da. Verarsch mich nicht. Danke. Schade, der Ding am Spielbenennen-Button ist weg, sonst würde ich Mininairas Hände jetzt in Pfoten und mit den Händen. Ich dachte, du kannst keine Hände. Ich kann auch keine Hände. Feinchen. Mininaira braucht Schuhe. Ich habe ein blaues Bein. Mein Bein ist krank. Ah, gut. Glück gehabt. Also kannst du keine Hände und keine Füße. Was kannst du eigentlich? Ja, gar nichts. Ich habe nie behauptet, dass ich irgendwas könnte. Ganz voll gemein. Kann ich mal gerade Linien zeichnen. Und dann ist das. Da. Da. Schuhe. Und schuhe. Ich muss an dem Kleid arbeiten. Du kannst mehr als ich, wenn ich das so sehe. Hey, mit der Maus ist das echt schwierig. Mininara kriegt übrigens kein Kleid, das wird eine Hose, das wird ein Hosenanzug. Und nach dem Kleid. Und nach dem Kleid. Und nach dem Kleid. Und nach dem Kleid. Was ist da? Ich glaube nicht, dass du etwas so schweres wie gar nichts bekommst. Alter! Ja! Block weg! Voll gemein! Hier, voll Fett Hosenanzug! Bam! Fertig! Was ist das? Nein! So, hier, wir haben voll die coolen Helden! Miri Neira! Ja! Ja!